Die Corona-Pandemie löste bei Hunderttausenden von Menschen und Unternehmen wirtschaftliche Not aus. Mit dem Covid-19-Gesetz können der Bundesrat und das Parlament, die betroffenen Angestellten und Selbstständigen, die Unternehmen, die Kultur, den Sport und die Medien finanziell unterstützen. Gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Es sei am Volk vorbei in Kraft gesetzt worden, kritisieren die Gegner. Worum geht es im Detail? Die Pandemie und die Massnahmen, um sie zu bekämpfen, haben die Wirtschaft, die Kultur und den Sport hart getroffen. Deshalb hat der Bundesrat verschiedene Hilfspakete beschlossen, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. Er hat im Frühling 2020 rasch gehandelt und die Finanzhilfen per Notrecht eingeführt, so wie es die Verfassung vorsieht. Diese Finanzhilfen wurden später in das Covid-19-Gesetz überführt. Es wurde vom Parlament im September 2020 in Kraft gesetzt und ermöglicht, die Finanzhilfen weiterzuführen. Dabei geht es um die Kurzarbeitsentschädigung, die Corona-Erwerbsersatzentschädigung, die Härtefallhilfen für Restaurants, Hotels, die Eventbranche oder Reisebüros, sowie die Unterstützung von Kultur, Sport und Medien. Die Finanzhilfen dürften sich auf gegen 35 Milliarden Franken belaufen. Neben den Finanzhilfen regelt das Covid-19-Gesetz die medizinische Gesundheitsversorgung. Dabei geht es zum Beispiel um Ausnahmen bei der Zulassung von wichtigen Medikamenten für Schwerkranke. Es geht hingegen nicht um die Zulassung von Impfstoffen. Die Covid-19-Impfstoffe werden erst zugelassen, wenn sie sicher sind. Das Gesetz ist bis Ende 2021 befristet. Sagt die Stimmbevölkerung Nein, würde es schon am 25. September 2021 ausser Kraft treten. Damit würde die Grundlage für die Finanzhilfen wegfallen. Ein Nein zum Gesetz liesse dem Bundesrat aber weiterhin die Möglichkeiten, die Ausbreitung der Pandemie mit Massnahmen zu bekämpfen, die sich auf das bestehende Epidemiengesetz stützen. Das Referendumskomitee kritisiert, das neue Gesetz sei sehr rasch erarbeitet und am Volk vorbei in Kraft gesetzt worden. Wir müssten über eine Vorlage abstimmen, die als dringliches Gesetz bereits in Kraft sei. Viele dringliche Gesetze würden mehrmals verlängert, immer unter Einschränkung der Volksrechte. Mit dem Management der Pandemie werde nicht nur Angst verbreitet, sondern auch die direktdemokratische Ordnung auf den Kopf gestellt. Der Bundesrat müsse dem Souverän dienen, nicht ihm befehlen. Das Gesetz habe positive Elemente, aber auch Schädliches, wie die verkürzte Zulassung von Impfstoffen oder die Subventionen für die Medien. Für Bundesrat und Parlament ist das Covid-19-Gesetz die Grundlage, um die Betroffenen so lange zu unterstützen, wie es nötig ist. Über 100'000 Unternehmen und über eine Million Menschen waren oder sind noch immer auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ein Nein würde grosse Unsicherheiten auslösen, könnte Arbeitsplätze gefährden und Firmen in den Konkurs treiben. Das Gesetz sei im dafür vorgesehenen demokratischen Verfahren entstanden. Es garantiere den Einbezug der Kantone, der Sozialpartner und des Parlaments. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament ein Ja zum Covid-19-Gesetz. Aus diesen Gründen, der Sozialpartner und der Sozialpartner und der Sozialpartner und des Parlaments.